Hey Leute, ich bin wieder hier, euer Airfix, und wie ihr sehen könnt, wir sind in einer etwas größeren Großstadt. Ihr grübt immer in deinen Videos. Etwas größeren Großstadt, auf jeden Fall ist Nancy Freiburg. Ja, ich und TwinFact da vorne, sag mal hallo. Tag, hallo. Was ist alles an? Wie ist gescheitert. Sag mal hallo. Hallo. Ihr kennt ihn ja schon vom letzten Video. Er steht wieder in der Beschreibung. Checkt ihn ab, abonniert ihn, er ist echt cool. Und ja, wir werden hier ein bisschen shoppen gehen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Yo Leute, wir waren gerade hier in Starbucks. Hier sieht man es. Ich hoffe, ihr sieht man es? Ja. Ja, gut. Wir haben uns ein, was haben wir uns gönnt? Ein Weihnachts-Special. Honey. Honey and almost chocolate. Genau, Hamjas. Ich zeig mal wieder aussieht, warte. Ja, hier. Hammergeil. Den hauen wir uns jetzt noch rein. Jetzt sind wir richtig wach. Und können wieder viel drehen. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Yo Leute, wir waren gerade im Statuen, gell? Ja. Genau, und haben ein bisschen Kamerad angeschaut. Das übliche halt, so was YouTuber machen. Auf jeden Fall. Wir sind voll viele Leute. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt noch in New Yorker. Wir schauen ein paar Schuhe an. Dann noch und ja, natürlich noch ein bisschen. Schuhe in New Yorker. Schuhe, ja, oder? Das ist eine New Yorker als Klamotten, ne? Ja. Ja, und da ist auch schon. Und bis gleich. Yo Leute, wir waren gerade im New Yorker. Wir haben auch beide was gekauft. Vielleicht filmen ich das heute Abend noch und zeig. Oder mach ein paar Bilder. Mach das dann noch ins Video rein. Ja, Mann. Und hier sind einfach so abnormal viele Leute. Warte, schaut euch das mal an. Ich hoffe, man sieht, es ist richtig abnormal. Aber wir haben jetzt auch beschlossen, wir gehen an den ruhigeren Ort jetzt. Chillen dort ein bisschen. Es ist gerade mal 1 Uhr. Ja, Alter. Es ist richtig übel. Wir haben noch richtig viel Zeit und ja, wir sehen uns dann. Yo Leute, wir sind gerade noch ein bisschen rumgelatscht. Wir haben hier so einen ultra freshen Ort gefunden. Schaut euch mal hier um. Es ist richtig geil. Ähm, ja, wir haben eigentlich, unsere Tour ist eigentlich beendet. Wir waren... Wow, geh mal weg, geh mal weg. Ja. Hä? Auf jeden Fall, ähm, wir sind hier jetzt fast durch. Also eigentlich sind wir durch. Wir haben alles gemacht, was wir machen wollten. Ähm, wir wollten eigentlich, wie ich fest, eigentlich auch noch was aufnehmen. Wir bleiben müssen hier noch ein bisschen. Wir nehmen wahrscheinlich noch was auf. Wenn nicht, dann seht ihr, ja, irgendwann heute Abend vielleicht nochmal was von mir. Dann rede ich vielleicht nochmal über den Tag. Und die Sachen, die ich gekauft habe hier, werde ich dann noch anziehen. Und filmen und ja, ansonsten. Ja doch, ich filme auf jeden Fall noch. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann.